Ähm, kurze Frage. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in welcher Abteilung? Und welche Ihrer Abteilungen hat den niedrigsten Krankheitsstand? Ach ja, über welchen Kanal kommen die meisten Bewerbungen rein? Mit Personio haben Sie jederzeit und tagesaktuell Überblick über wichtige Kennzahlen in Ihrem Unternehmen. Treffen Sie so strategische Entscheidungen auf einer fundierten Datenbasis und machen Sie Ihren Erfolg messbar. Schauen Sie sich das Ganze im Detail an in Ihrem kostenlosen Testaccount. Wir freuen uns auf Sie!